Hallo, mein Name ist Tim Brüggemann. Ich bin Professor für Berufs- und Weiterbildungsmanagement und Prorektor der Fachhochschule des Mittelstands. Wir alle wissen, wie wichtig gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, wie wichtig zufriedene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Sie sind das Gesicht einer jeden Firma. Sie sind der Garant für Qualität. Es ist aber gar nicht so leicht, an solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heranzukommen. In vielen Branchen haben wir bereits einen Fachkräftemangel und wir haben große Probleme, auch junge Auszubildende in die Betriebe zu holen. Und wenn sie denn mal da sind, brechen von denen fast 25 Prozent, also jeder vierte auch wieder frühzeitig ab. Und das häufig aufgrund von schwieriger Kommunikation im Betrieb, Stress mit den Ausbilderinnen und Ausbildern oder das Betriebsklima hat nicht gepasst. Und auch wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon im Betrieb haben, ist es wichtig, diese dort zu halten. Und das schaffen wir, indem wir Zufriedenheit und Wertschätzung dort walten lassen. Das klappt aber nicht einfach so und von selbst. Darum müssen wir uns bemühen. Dafür müssen wir was tun. Dafür ist das Verfahren 1a Arbeitgeber hervorragend geeignet. Das Verfahren 1a Arbeitgeber misst die Mitarbeiterzufriedenheit und hilft, diese zu entwickeln. Das Verfahren ist mehrstufig aufgebaut. Zunächst einmal wird das Thema Wertschätzung, Mitarbeiterzufriedenheit in das Unternehmen transportiert. Das ist häufig der erste und wichtige Schritt. Dann findet nach vorheriger Aufklärung eine Messung, eine Befragung der Mitarbeiter und Mitarbeiter statt zum Thema Zufriedenheit und Wertschätzung. Dann wird mit den Ergebnissen gearbeitet und geschaut, hey, welche Stellschrauben können wir noch drehen, was können wir noch optimieren, was können wir in diesem Bereich noch verbessern im Betrieb. Und erst dann findet eine zweite Befragung und eine zweite Messung statt. Und wenn sich dann an den Ergebnissen in entscheidenden Bereichen deutlich was verbessert hat, dann bekommt der Betrieb die Auszeichnung zum 1a Arbeitgeber. Wir haben schon 2018 mit der AZH, der Akademie Zukunft Handwerk, gemeinsam mit der Fachhochschule des Mittelstands, dieses Verfahren mal auf den Prüfstand gestellt und wir durften das Ganze wissenschaftlich begleiten und dabei beraten, wie man es noch weiter optimieren kann. Wir haben schon 2018 der AZH bescheinigt nach unserem gemeinsamen Prozess, dass das ganze Verfahren 1a Arbeitgeber der AZH Scientific Proof ist, das heißt wissenschaftlich geprüft. Nun, nach zwei Jahren haben wir uns wieder getroffen und das Verfahren wieder und erneut auf den Prüfstand gestellt und die AZH hat nochmal deutlich sowohl am Fragebogen als auch an den Inhalten und am Prozess weiter optimiert, sodass wir auch jetzt zwei Jahre später das Ganze wieder rezertifizieren können als Scientific Proof. Wir gratulieren der AZH zu diesem großartigen Erfolg. Das ist wirklich ein stetiges und kontinuierliches Verbessern, was wir sehr gerne wissenschaftlich begleitet haben und hiermit und heute auszeichnen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die an der AZH daran beteiligt waren und wir wünschen Ihnen und allen Beteiligten noch viele weitere Unternehmen, die 1a Arbeitgeber sind und viele, viele zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele Grüße aus Bielefeld, Ihr Tim Rödemann.